Musik Eingebettet in den weltberühmten Felsformationen der Dolomiten liegt der Wintersportort San Martino di Castrozza im Herzen des italienischen Trentino. Musik Der Besucher findet sich hier in einer traumhaften Naturwelt, die bei optimalem Wetter fast schon kulissenhaft schön wirkt. San Martino di Castrozza blickt nicht nur auf eine sehr lange touristische Tradition zurück, der Ort ist eigentlich erst durch den Tourismus gewachsen. Einen ersten Namen machte sich San Martino als montener, sommerfrische Ort der Reichen und Schönern, der österreichisch-ungarischen Monarchie. Den ganz großen Durchbruch schaffte San Martino aber in den 1930er Jahren, als mit den ersten Liften der Wintertourismus voll zu boomen begann. Sukzessive wurden die Gebiete erschlossen und Hotels und Gaststätten errichtet. Von Anfang an setzte San Martino dabei auf höchste Qualität und blieb dieser Verpflichtung bis heute treu. Die Tourismusbetriebe San Martinos zählen nach wie vor zu den Besten des Landes. Musik San Martino di Castrozza ist ein Partner von Dolomiti Superski, das die weltweit größte zusammenhängende Skiregion ist. Die Skifahrer fahren auf absolut schneesicheren Pisten auf einer Gebirgsbühne, die von Felsgipfeln umsäumt ist, die zu den schönsten der Welt zählen. Musik Das herausragende Panorama der Pisten wird kongenial durch die italienische Küche ergänzt, die auf nahezu jeder Hütte angeboten wird. Musik Natur, Sport und Kulinarik schaffen in San Martino wahres Sinnesfreuden. Neben dem alpinen Skisport, der bis spät in die Nacht ausgeübt werden kann, ist San Martino auch das Dorado für Schneeschuhwanderer. Auf dem gigantischen Hochplateau der Rosetta, auf die eine Seilbahn führt, kann man stundenlang durch glitzernd reinen Schnee wandern und auf Durchfühlung mit den gewaltigen Naturkräften gehen. Musik Doch sollte man niemals ohne Führer aufbrechen, denn großartiges Naturerleben und gefährliche Momente liegen im Hochgebirge sehr eng beisammen. San Martino di Castrozza, der Inbegriff für fantastische Winterfreuden in den italienischen Dolomiten. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.